Einen wunderschönen guten Morgen, GoodNotes. GoodNotes kennt ihr. So eine Notizberat wie GoodNotes ist wahrscheinlich ein Musterbeispiel für iPad-Software, Pencil, Tablet und hunderte von möglichen Anwendungsfällen. Da jeder aber ganz unterschiedlich arbeitet, ist es nicht unbedingt sinnvoll dafür Arbeitsabläufe aufzuzeigen. Aber es könnte helfen, wenn man von Zeit zu Zeit mal auf die Weiterentwicklung schaut und sich zu Gemüte führt, was so neu ist.